hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren opening hier auf diesem kanal heute öffnen wir die secret shine oder das secret shining set und was das ist und was man daraus ziehen kann das erfahrt ihr nach dem intro ja meine freunden herzlich willkommen zu einem weiteren video hier auf diesem kanal heute öffnen wir die secret oder das secret shining set und dieses set wurde uns zur verfügung gestellt von meinem sponsor god of cards vielen dank an der stelle solltet ihr also lust auf koreanische sets seien es nun displays oder special produkte wie das jetzt zum beispiel oder auch auf zubehör plüschtiere playmats etc lust haben auch im pokémon sektor und so weiter dann seid ihr dort genau richtig in der video beschreibung findet ihr meinen affiliate link für god of cards wenn ihr über diesen link auf die seite geht und dort etwas kauft wird mir das zugerechnet oder angerechnet dann sieht god of cards okay über seinen link läuft sondern kann ich euch auch in zukunft coole produkte vorstellen beziehungsweise sie mit euch zusammen öffnen genau das werden wir jetzt auch hier tun das ist das secret shining set also die koreanische variante in japan ist es die secret shining box da ist auch so eine kleine box wie wir sie zum beispiel auch von anderen sets kennen wie ich glaube magnificent mavis oder so und genau sehr coole geschichte auf jeden fall ja was finden wir in diesem set in diesem set finden wir soweit ich weiß ein promo pack ein paar booster ein päckchen mit sleeves und so kartenständer wenn mich das wenn ich da richtig gehört oder richtig gelesen habe habe ich mich im vorfeld ein bisschen auf yugioh fandom informiert und es werden drei themen hauptsächlich supportet einmal mayakashi die hexwerker und die sky striker und ohne weitere umgreife öffnen wir das ganze jetzt mal und schauen mal rein was uns da drin so erwartet das hat es aber ganz schön zusammengeschoben also ich werde mal gucken ob das hier noch irgendwas sehen ist nein hier ist nichts drin alles tutti frutti so oder so ähnlich sollte das aussehen die präsentation ist hier wohl etwas daneben gegangen wenn man so möchte so sieht das ganze aus wir machen das jetzt hier mal auf schauen mal was hier alles so raus kommt raus flutscht wie auch immer genau der rahmen können wir jetzt weg packen wir haben hier zum einen eben unser promo päckchen mit den entsprechenden boostern wir haben hier unser unsere hüllen genau unsere mayakashi hüllen sind das an der stelle okay das sind noch mal ganz normale kartenprotektoren also ganz normale durchsichtige hüllen die hier ebenfalls mitgeliefert wurden das nettes zubehör hüllen kann man immer mal wieder gebrauchen so dass dieser kleine teil hier das ist jetzt das was uns hier wirklich interessiert ich stelle uns mal ganz kurz das shining set hier rein damit wir hier eine kleine deko haben so sieht das doch gut aus hier ist so eine banderole rum die können wir abziehen und dann haben wir zunächst einmal das promo set bestehend aus zwei karten in prismatic secretware und das set machen wir auch mal auf gucken uns gleich mal an was da so drin ist nein wenn jetzt einfach von lass das zu das hat sammler werden aber wir müssen euch das produkt ja auch zeigen gut eine sehr 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 schöne karte haben wir hier das ist yuki on the ice cycle mayakashi in prismatic secretware und sieht sie nicht bombe aus absolut der wahnsinn ein absoluter hingucker wahnsinnig wahnsinnig schöne karte und die zweite karte die wir hier haben ist was ist das denn da muss ich jetzt gleich mal in mein schlaues buch gucken das hier ist ghost meets girl masterful mayakashi shira nui saga okay nicht gerade der kürzeste namen aber auch das ist eine relativ coole trap card ja zwei sehr schöne karten ich persönlich präferiere aber natürlich trotzdem das monster die yuki onna wir nehmen uns jetzt auch zwei hüllen und werden das ganze direkt mal mit den schönen antiken feendrachen hüllen die ebenfalls von meinem sponsor god of cards kommen für nur 23 euro pro pack könnt ihr ein solches päckchen mit antiken feendrachen hüllen euer eigenen habe ich auch letztens ein video zugemacht so und jetzt kommt es hier auf die packs an die karten in den packs haben naja so eine art chatterfall rare effekt auf fandom wird es parallel rare genannt in meinen augen ist es kein parallel rare es geht hier also quasi um diese fünf packs und man kann eben eine super rare ziehen oder eben eine prismatic secret rare am ende oder die letzten beiden karten irgendwie so wir werden es jetzt dann ja gleich sehen schere habe ich parat die müssen wir wieder mit der schere aufmachen weil also die koreanischen booster packs sind wirklich ein elend aufzumachen weil die keine säule bruchstelle sage ich jetzt mal haben also die haben quasi nichts wo man es einreißen kann außerhalb nach ganz normal so den hier aber die sind weil sie ja diesen asiatischen diesen artisch asiatischen verpackungsstil haben sie wirklich sehr schwer dann aufzumachen jetzt schauen wir mal was wir aus dem ersten set heraus bekommen hier geht es direkt los mit sky striker und ich muss sagen ja der effekt sieht tatsächlich dem schatterfall sehr ähnlich es ist allerdings noch mal ein bisschen dezenter gesetzt man kann es jetzt hier nicht erkennen wegen dem weichen licht hier bräuchte man härteres licht um wirklich den effekt auch raus zu bringen aber das macht ja an der stelle jetzt denke ich mal nicht wirklich etwas wir haben hier sky striker as shizuku dann haben wir instant fusion dann haben wir die karte die wir eben schon als promo hatten deren namen ich jetzt nicht noch mal wiederholen werde was haben wir denn hier wusste gar nicht dass die hier auch drin sind sehr sehr schön das ist der albtraum ritter severus sehr cool kamen flames of destruction oder so raus und dann haben wir direkt eine prismatic secret rare mega cool guckt euch das mal an ist das nicht ein absolut fantastisches artwork ach du grüne neune schaut euch das mal an mayakashi return heißt die karte und das artwork ist absolute oberhammer beauty shot mäßig werde ich übrigens in diesem seite so machen dass ich halt nur das beauty shotte was mir auch gefällt weil ich jetzt auch nicht weiß ob irgendwas speziell wertvolles drin ist das konnte ich leider jetzt nicht herausfinden und eine besondere special rarität wie ghost oder prismatic secret gibt es oder starlight oder so gibt es ja auch nicht also nur das was mir gefällt und mayakashi return gehört definitiv dazu die karten die müssen leider runter nicht dass man sie wegschneiden das wollen wir ja nicht so gucken wir mal was uns im zweiten booster wartet das ist auf jeden fall schon mal ein geiler start gewesen so viel sei schon mal gesagt dann haben wir hier meisuki sehr cool eine schöne retro karte die karte kenne ich jetzt nicht da muss ich gerade mal nach dem namen spitzeln diese karte heißt witchcrafter unveiling okay noch nicht schlecht dann die karte dürfte ja jedem von uns sein absoluter begriff sein wer rät es richtig es ist secret village of the spellcasters gut dann haben wir eine super rare aber nur als vorletzte karte tatsächlich seht ihr das dahinter kommt noch eine eben hatten wir nur als letzte karte nur holo die karte kenne ich aber wieder nicht das ist karte nummer sechs jetzt muss ich wieder scrollen mann ist das viel arbeit witchcrafter confusion confession okay weiß nicht ob das jetzt ein reprint ist oder nicht ich kann mir diese zauberkarten ohnehin nie so wirklich merken und das letzte karte haben wir auch ach so nee ich dachte schon das sei die gleiche nee das ist die karte die wir auch auf den hüllen haben wir haben also nochmal eine prismatic secret rare bekommen das ist ja nice schaut euch das mal an die kennen wir natürlich alle yuki honor the ice mayakashi die gibt es auch bei uns als secret rare ich weiß bloß leider nicht mehr aus welchem set aber auch ein wunderschönes artwork die mayakashi sind sowieso extrem cool vom design her und da gibt es natürlich auch definitiv einen beauty shot weiter geht's meine freunde schau mal was wir jetzt aus dem dritten booster ziehen ich weiß gar nicht am ende sind die prismatic secret dress garantiert das wäre es natürlich aber soweit ich weiß sind sie das nicht aber so hundertprozentig sicher bin ich mir nicht gut hier haben wir jetzt sky striker as hayate die sky striker sind ja damals in dark saviors rausgekommen ich habe übrigens noch ein komplett verschlossenes display dark saviors hier ich gedenke es vielleicht dieses jahr am halloween aufzumachen weil es mit den vampire monstern gut passen würde allerdings kostet das hat ovp mittlerweile 200 euro und den wert werden wir auf jeden fall nicht wieder rauskriegen vermutlich entscheidet ihr schreibt mal in die kommentare ob ihr ein opening dazu sehen wollt dann haben wir instant fusion und ach wie hieß denn die karte noch mal die kennen wir doch wie hieß die denn noch mal wie hieß sie denn das war irgendwas anderes irgendwie rechte hand linke hand wir waren gleich noch mal der name muss ich jetzt echt ins schlaue buch gucken oder ich glaube rechte hand des magiers oder so egal ich gucke jetzt mal nicht nach dann haben wir super rare sehr 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 cool schaut euch das mal an leute das ist auch eine neue karte tatsächlich witchcrafter vice madam das ist der neue support für die ich weiß gar nicht ob die jetzt bei uns im tcd schon rausgekommen sind oder nicht ich kann es euch nicht sagen aber es ist auf jeden fall auch eine sehr sehr coole karte auf jeden fall und dann haben wir prismatic secret rare wieder eine mayakashi sh geld mayakashi ist tatsächlich sehr cool yuki musume the ice mayakashi ist das glaube ich aber die finde ich jetzt ehrlich gesagt vom designer ja sie ist schon niedlich aber sie ist jetzt nicht so richtig umwerfen deswegen sparen wir uns jetzt hier einfach mal den beauty shot die hüllen wir uns jetzt einfach ein und legen sie dazu drei packs drei mayakashis und selbst die promos sind mayakashi gut gucken wir mal es gibt auch ein neues sky striker monster das ich gerne hätte auch wenn es nicht wirklich nach sky striker aussieht wenn ihr mich fragt es gab ja schon mal aus ein dual power glaube ich so ein sky striker monster das namen nicht mal wieder vergessen hat das auch nicht wirklich nach sky striker ausgesehen hat gut da haben wir wieder die eine damals zombie welt auch cool kennt ihr den noch das war eine super rare gewesen aus einem unserer main set ich weiß jetzt aber auch gerade nicht mehr aus welchen ist immer so diese allumfassende ahnungslosigkeit meinerseits wenn ich ausländische setze aufmache habe ich dann meistens bei sehr vielen karten einfach keinen bezug mehr zum tcg dass das jack o'ballern ist auf jeden fall ein sehr cooles artwork hat mir schon damals extrem gut gefallen dann haben wir ich glaube definitiv eine sky striker karte musste ich gerade nachgucken ist die nummer zwei haben wir ja gleich oben ja genau sky striker mobilize link angle angle wie auch immer als super sehr schön und die prismatic secret rare die kennen wir ja schon die gibt es auch schon bei uns eine wunder 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 wunderschöne karte das ist hayun the winged mayakashi sehr sehr cooles artwork an der stelle wahnsinnig cool dazu gibt es auch auf jeden fall einen beauty shot last but not least ein pack haben wir noch schauen wir mal was wird es diesmal also mittlerweile kann man wohl sagen die prismatic secret sind auf jeden fall garantiert die frage ist nur welche man bekommen die gerade die wir hier sehen ist auch damals in dark saviors rausgekommen und heißt sky striker manöver after burner glaube ich oder nachbrenner sky striker nachbrenner auf deutschheit so die dame kennen wir auch schon das ist eine hexwerkerin die ist auch wunder wunderschön aber sie dass die karten sind leicht gebändet aber okay das klar so wie die da drin lagen wundert mich das nicht und auch wie die zamm gebunden waren trotzdem im magnethalter biegen die sich dann schon wieder gerade das ist necroworld banshee das war glaube ich eine super rare gewesen aus einem structure deck sehr cool dann auch das ist der neue sky striker von dem ich geredet habe sehr cool sogar die nummer eins auf der kartenliste das ist sanjete was surgical striker hemp also der geht auch zu den sky striker sieht für mich aber überhaupt nicht wie sky striker aus also bei aller liebe auch wenn ich sagen muss dass mir das artwork wirklich sehr 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 gut gefällt und als prismatic secret wir haben wir leute das schreit doch schon wieder nach einem alter von vier von fünf packs haben wir definitiv nach einem beauty shot geschrien und genau so ist es ja auch wieder schaut euch diese schöne dann ist natürlich schon bei uns im tcg erschienen ist jetzt keine neuheit das ist das art wirklich der absolute oberhammer vor allen dingen dann auch noch im prismatic secret rare das war das war Freunde, hier wären wir auch schon wieder am Ende unseres kleinen Openings. Das Set ist nicht besonders groß, macht aber ein bisschen was her und ich finde die Artworks, die man in dem Set bekommt in Prismatic Secret Rare, in Super Rare sind der absolute Knaller. Was ich allerdings nicht verstehe ist, warum nur in 4 von 5 Booster Packs in diesem Set Super Rairs mit drin waren, weil ihr wisst ja, im ersten Pack war keine mit drin. Das war einfach nur die Secret Rare. Ich habe auch hier nochmal durchgeguckt. Hier das sind die Karten. Ich weiß nicht, ob ich einfach nur blind bin oder so. Keine Ahnung, aber da ist keine weitere Super Rare gewesen. Jetzt weiß ich nicht, ist die Super Rare garantiert? Kommt die nur ab und zu vor? Weißer Geier, weißer Coco, keine Ahnung. Dafür kenne ich mich mit dem Set bedauerlicherweise nicht gut genug aus und auch meine Recherche vor dem Opening hat diesbezüglich nichts ergeben. Auch wenn ich natürlich nicht danach gesucht habe, da ich nicht vor diesem Problem stand, bis ich es eben aufgemacht habe. Aber gut. Auf jeden Fall, alles in allem, sehr zufriedenstellend. Würde ich auf jeden Fall nochmal kaufen und wenn ihr jetzt Bock auf das Secret Shining Set habt, dann guckt mal in die Videobeschreibung. Dort findet ihr meinen Affiliate Link, der euch direkt zu God of Cards führt. Dort könnt ihr dieses Set ordern und mir wird euer Kauf gut geschrieben. Das bedeutet, wir können dadurch weitere Produkte zusammen öffnen. Ja, das war es dann aber auch schon wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Restabend und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif. Ja, das war es dann auch noch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.